Hey, ist jemand zu Hause? Jetzt will ich mal hören, was du denkst. Wirklich? Okay, leg dich hin. Wieso tragen Sie eine Elmkrawatte? Ach, ich habe gegen ihn eine Wette verloren. Hätte ich gewonnen, dann würde er jetzt eine Dr. Nürko-Krawatte tragen. Wann können Sie die wieder ausziehen? Wenn es meinem nächsten Patienten besser geht. Also, tu mir einen Gefallen. Werd schnell wieder gesund. Meine Frau tut nämlich so, als ob sie mich nicht kennt, wenn ich sie trage.